Servus Freunde des schlechten Geschmacks und einer sechten Unterhaltung und Willkommen zurück zu Russian Fishing 4 Äh, nein, also Kanalpunkte ja, aber du kannst jetzt hier solche Anfragen stellen. Hast du doch selbst gesagt. Vorgestern. Was vorgestern? Beim letzten oder vorletzten Mal auf jeden Fall. Äh, diese, also ich denke mal, das wird das sein, was, was du sabbelst dir von wegen hier drauf sparen und hier trinkt geschluckt Wasser oder so'n Scheiß. Ähm, also seit gestern ist das dann auch, äh, online. So, äh, Freunde, auf YouTube, hallo, wie angeln wir? Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie, warte mal. Das war der. Das war der. Ui. Ach ja, das ist, das war schön. Ui, 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 ui. Ähm, war das der? Jawohl. Das war da? Das war da. Okay. Wollen wir mal wieder ein bisschen reinkommen, ist schon ein bisschen länger her. Äh. Genau, so war. Wegstecken. Und das war hinlegen, ne? Ja, genau. Jetzt hab ich 3 gedrückt, weil ich doof bin, ne? Ja. Nein, haben wir noch nicht. So. Okay, und wir haben noch, beim letzten Mal haben wir ein paar Geschenke bekommen. Das war nicht Tab, das war hier, ne? Äh, können wir davon schon irgendwas benutzen? Ne, ne? Das war, glaub ich, Stufe 8. Ne, 9. Ach, ich finde Stufe 8, ne? 9. Und 9. Das ist alles dieselbe Angel? Ja. Das ist alles dieselbe Angel. Und davon 14. Das wird auch 14 sein, wahrscheinlich. Ne, 16. 19. 19. Das ist auch dasselbe. Das geht immer. Ein paar Haken. Dann wieder Geschenke bekommen. Hast du gerade auf den Fernseher getoucht, kleiner Mann? Hallo? Hey! Nicht auf den Fernseher fassen. Kapisch? Ich fasse dir gleich mal ins Gesicht, Kollege, du. Du Vogel, du. Wenn du nicht spürst, fliegst du raus. Das weißt du, ne? So, also wir können die Angel ab dem nächsten Level benutzen, aber die rollen leider noch nicht. Aber wir haben sie schon mal für später geschenkt bekommen. Äh, dafür nochmal vielen Dank an EarlGrave75. Sehr nett. Von ihnen gewesen auf jeden Fall. Fand ich sehr gut. Hat auch ein bisschen übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nur ganz bisschen. Okay, lass uns mal angeln gehen. Wir hatten da drüben, glaube ich, ein paar gute Spots gehabt. Wenn ich mich recht entsinne, müssen wir nur erstmal wieder hinkommen. Also mal eben schnell hin. Laufen. Es wird gerade morgens. Das ist sehr gut. Dann können wir doch mal eben drüber galoppieren. Und dann halten wir da mal wieder... Äh... Halten wir da mal wieder unsere... Unser Stöckchen ins Wasser. Oh, wie lang war das, ne? Genau, da lang, da lang. Ja, das Kind ist so groß, der Fernseher hängt... Hängt... Ne, da hatten wir einen guten Spot, glaube ich, gehabt. Da haben wir echt gut gefangen. Zwar nicht ruckelt ein bisschen, kann es sein. Also es gab gerade ein Update. Ich musste gerade ein Update runterladen, weil ich sonst gar keine Vermittlung zum Server herstellen konnte. Gefühlt ruckelt es gerade ein bisschen. Aber vielleicht muss das Spiel sich auch erstmal wieder akklimatisieren. So, wir haben... Hier, guck mal. Hier haben wir gestanden. Das sieht man, hier ist alles platt getrampelt. Und zwar haben wir, glaube ich, hauptsächlich... Ja, mit der haben wir gefangen. Und mit der anderen haben wir dann in der Zeit geblinkert, ne? Ne, war zwei. Aber hier haben wir uns zuletzt ein bisschen verfangen im Umkraut. Das war nicht so geil. Vielleicht sollten wir das lassen. Äh... Da allein deswegen schon. Steck mal weg. Weil hier beißt es relativ schnell. Ach, an wen erinnert mich denn... Äh, an wen erinnert dich denn meine Stimme? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt sei nicht an mich. Nichts gefangen. Schade. Warum? Nimm doch deine. Nimm doch deine Decke, Schatz. Doch. Du Dieb. Ein Gronkh. Echt jetzt? Das klingt doch nicht wie Gronkh. Nicht mal annähernd. Also, okay, also, es ist... Es ist mir eine Ehre, so zu klingen, aber ich bin da anderer Meinung. Vielleicht ist dein Headset auch kaputt. Wer weiß. So, da haben wir schon mal ein Rotauge. Das ist schön. Äh, nehmen wir natürlich mit. Wir brauchen noch ein bisschen Talas. Dann können wir uns eine neue Angel-Ausrüstung leisten. Auch wenn wir eine Geschenk bekommen haben. Aber, ähm... Wir kaufen die auf jeden Fall. Für die 149, glaube ich, waren das. Die holen wir uns auf jeden Fall. Weil das ist eine Grundangel. Damit müssten wir hier dann eigentlich auch relativ gut fangen können. Wo ist Mamas Deckel? Zwecknase? Wo ist Mamas Deckel? Ach, Mamas Kalt, oder was? Deine sind... Ja, deine sind... Ja, okay, das geht. Ja, bei mir sind öfters die Batterien leer, tatsächlich. Ich habe mittlerweile schon wieder überlegt, zurück auf mein USB-Mikro hauptsächlich zu gehen. Aber irgendwie kann ich mich mit dem Gedanken noch nicht anfreunden, dass da so ein dicker Klopper dann mir die ganze Zeit vor Gesicht rumhängt. Das mag ich überhaupt nicht leiden. Ich weiß nicht, warum. Anfangs war es in Ordnung, aber mittlerweile ist das so echt störend. Deswegen, aber ich habe gestern erst Batterien gewechselt, also sollte jetzt eigentlich erstmal halten. Was sagst du? Du willst hier einen Sofa hinbauen? Ja, aber wofür denn? Du hast ja jetzt gerade die Decke rübergeschlurrt. Ich dachte jetzt, du kuschelst dich da drüben dann gleich ein mit Mama. So, du weißt an, du Lump. Ne? Tu es. Tu es. Ach, der hat aber echt... Dem ist langweilig, glaube ich. Der will nur spielen, der tut nichts. Der tut nichts, der will nur spielen. Weißt du was, du gehst nur auf den Zeiger. Du kriegst nichts. So, fäng ja weg von meinem Wurm. Ja, Mist, Fisch. Ich bin nur an ernst gemeinten Fischen interessiert. An ernst gemeinten Fischen. An ernst gemeinten Angeboten von Fischen. So, darauf trinke ich erstmal einen. Ich kann mir sagen, was ihr wollt. Coca-Cola hin oder her. Es gibt nichts Geileres als Fritz-Cola. Hashtag Werbung. Hashtag keine Werbung. Fritz-Cola ist einfach geil. Aber auch Schweine teuer. Vor allem, wenn die über den Lieferdienst kommt. Ne, du darfst meinen Wurm auch nicht, Niklas. Mein Wurm ist reserviert. Der hängt quasi schon am Haken. Und da hat auch schon jemand angebissen. Ja, immer noch ein guter Spot hier. Leck mich mal fett. Flatsch. Ich habe ja jetzt schon vier Fische. Vier Fische haben. Fisch Nummer 4 war das jetzt schon. In relativ kurzer Zeit. Also, not so bad. Find ich gut. Dann können wir uns ja bald die Angel leisten. Fehlen da nur noch neun Talas. Watt fressen, müssten wir auch mal langsam wieder. Und wir haben auch gleich Level 9 erreicht. Vielleicht schon mit dem nächsten. Na, na los. Zieh an. Zieh an. Züüüüü. Ries. Aber wenn du jetzt die Kissen beim Sofa wegnimmst, kann Mama sich da nicht einkuscheln in ihrer Decke. Verstehst du? Merkst selbst, ne? Oh, ja, der ist dran, ja. Ja, der ist... Oh, oh, ein Barsch. Juhu, Level 9. Damit können wir eine neue Ange benutzen. Und was bekommen wir? Ach, den Happy Hook. Ich hab den Haken grad gar nicht gesehen, Alter. Ich hab da vorhin dran vorbeigeplotzt. Da musst du immer rausgehen. Was? Da musst du dich immer rausgehen. Ist ja aber schuld. Ach so, ja, ach, komm. Du bist ja auch ein Weichei. Das weiß dein Sohn halt auch. Ist halt so. Ähm, so, pass auf. Wo war ich jetzt? Neue Angel. Jetzt? Wo bin ich denn? Ach, jetzt bin ich auf I gegangen, ne? Ne, da wollte ich halt mal hin. Aber wirklich, was damit anfangen können wir noch nicht, ne? Was ist denn das für eine Angel überhaupt? Ist das so eine Grundangel oder wofür ist die? Äh, oh ja, das ist so eine. Zitterspitze, was? Zitterspitze ist montiert. Okay. 28. Keine Ahnung, was es macht. Es zittert. Wahrscheinlich. 56. Was bringt denn Zitterspitze? Kann man es einem mal verraten? Ich weiß nicht, ich habe da gar keine Ahnung von. Hier sieht dann anders aus auf jeden Fall. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Bissanzeiger, oder? Kann das sein? Okay. Auswählen einer Montage. Wählen Sie Ihre Montage aus, je nach der Umgebung, in der Sie angeln möchten. Das wird schwierig. Das würde gehen, weil wir jetzt mal gucken, was hält die denn? Die hält 19 Kilo aus. Also brauchen wir 3,50 Meter. Das sind doch die gleichen, oder nicht? Räuchten wir die quasi? Eine Bissanzeige haben wir nicht. Wirbelbleie oder Futterkorb haben wir auch nicht. Vorfach haben wir auch nicht. Und Haken. Klein, klein und klein. Hier, davon haben wir drei. Montieren wir mal ein bisschen was, ne? Nur, nur, nur mal so. Und nehmen an einen... Davon haben wir 130. Hier, komm, nehmen wir auch einen Regenborm. PVA-Stick, oder... Handhabung des PVA-Stick. Okay, können wir nicht machen. Okay. Bringt uns aber nix, weil es keine Rolle drin ist. Ähm... Okay. Dann Haken wir mal ein bisschen weiter. Flop. So, wenn das da passiert, das... Ist das mittig da oben? Ne, ne? Nicht so richtig, ne? Könne ich eigentlich auch mal wieder rüberschieben. Gestern... Wobei, ne, dann müsste ich es morgen wieder zurückschieben. Ah, ist doof. Lass ich mal da. Wann mal, vielleicht ein bisschen weiter rüber noch. Ist nämlich nicht ganz mittig, glaube ich, ne? Ne, nicht, nicht, nicht wirklich, nein. Oh, warte, da kommt schon wieder einer. Ich mach mal hier synchron... Oh, was bist du denn? Ein Jeeble. Ich hab ein Jeeble. Ist ja super, ja, jo. So, hier einer. Ist das mittiger jetzt? Bin mir unsicher. Warte, ich guck mal. Äh... Das sieht jetzt mit dir aus. Würde ich behaupten. Das kann man, glaube ich, so... So lass ich das jetzt. Huh. Falsche Maus. Entschuldigung. So. Das passt. Ähm. Dann lass mir noch mal ganz kurz was anderes. Ähm. Warte, warte. Wann, da ist was hier? Ja. Zack. Ich wünsche mir natürlich Blick auf die Pose. Ich glaube, aber doch, da weiß schon was. Das ist das Gute an so einem Angelspiel. Man kann relativ viel nebenbei machen. So. Die Andertgelumpe. Müssen bald Kohle abgeben gehen. Ich glaube, so viel haben wir noch nicht. Sechs Fische reicht, glaube ich, nicht. Außer wir haben zufällig was fürs Kaffee. Na, mach. Tu es. Der tut es nicht. Oh, oh, war der doch. Der ist schon dran. Der war nur zu faul zum Abziehen. Jetzt ist Giegelzeit anscheinend. Ähm. Ganz kurze Frage. Wie war das nochmal? War das hier? Wo war das denn? War das hier? Auch nicht. Ja, super. Super. Oder war das hier? Da war das auch nicht. Wie ging das denn nochmal, dass ich mir die auf den Quickshot legen kann? Welche Taste muss ich da drücken? Weiß das noch einer? Das war es nicht. War das C? C war es auch nicht. Das war nicht das Inventar. Da war ich ja gerade, ne? Ich hab Fersen. Wie waren das denn? Ich dachte, das wäre hier gewesen. War das nicht in der Angelansicht? Jetzt die nehmen, aber hier geht's auch nicht. Okay. Warte, was macht das? Größer wahrscheinlich, ne? Route ganz anzeigen. Handteil der Route anzeigen. Das ist ganz toll. Da war es auch nicht. Bonuswert hat sogar. Okay. Das ist ganz toll. Wie war das? Ne. Ah. Was ist das hier alles? Angelrolle, Getriebe, Kugellager, ach du Scheiße. Ach so, das ist der Verschleiß von den einzelnen Teilen anscheinend. Hä, wie war denn das nochmal? Irgendwie konnte ich mir die doch auf den Quickshot legen. Ich weiß aber nicht mehr wie. Ja, nö. Ich wollte es nicht mehr. Welche Taste war es denn? Nein, das war es hier. Ich, ich habe keine Ahnung. Wie war das? Das war doch irgendwie im Inventar, oder nicht? Wenn ich E drücke, lande ich hier. Was ist das? Ausfallmodus. Dann weiß ich es echt nicht mehr. Oder es wurde jetzt weggepatcht. Kann ich benutzen. Aber hier kann ich auch sonst ändern. Okay. Okay. Okay, hier kann ich sonst nichts machen. Ganz toll. Hier auch nicht, ne? Blank, Anteil, bla. Ich weiß nicht mehr, wie das war. War das nicht V? Ich meine, das war V. Oder muss der Felix in der Hand haben? Wobei, nee, dann kann ich auch nicht V drücken, ne? Bring ich auch nichts. Äh. Bin maximal verwirrt. Oder dumm. Oder beides. Wahrscheinlich beides. Da war Nachrichten. Das war es auch nicht. Hm. Nee, hier war es auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht mehr. Äh, so. Dann angeln wir erst mal weiter. Keine Ahnung. Fangen wir schnell noch ein paar Fische, bevor es gleich wieder dunkel wird und wir gar nichts mehr fangen. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Wie waren das mit den Quick Slots? Oder geht das... Ich weiß es nicht mehr. Ich war eigentlich am Anfang, das war V. War ein Scheiß, war es eine andere Taste. Ähm. Nee, da wollte ich auch nicht hin. Dankeschön. Oh, cool. Äh, warte. Nee, wenn, dann da, ne? Einstellung, Steuerung. Äh. Oh Gott. Untenhalter, Chat, Tab, laufender Wettbewerb, Schnellauswahl. Uh. Vielleicht war es uh. Es war uh. Aha. Es war uh. Okay. Ich kann dir nicht helfen, Schatz. Ich spiele gerade. Nee. Frag Mama. Frag Mama, Schatz. So, los, beiß an. Jawohl. Och, du bist ja süß. Ein kleiner Barsch, ne? Nee. Wie ein Schläfer. Was machen wir da so hin? Ja. Gut, dass ich genau dahin nicht gezielt habe, aber okay. Also ich würde fast sagen, wenn wir so 15, 20 Fische müssten dann eigentlich reichen für die neue Ausrüstung. Zieh. Bitte zieh. Ich brauche dich, Fisch. Oder bist du wieder so ein Weichheit, das da oben rupbelungert? Das kann auch sein. Ja. Mist. Der hat mich veröffelt. Der hat mich veröffelt. Der hat mich aber nicht veröffelt. Der hat noch jetzt echt viele, ne? Ich glaube, ich war da noch da. Also den Grundzeug fängst du echt gut Fisch. Das muss ich ja, das ist, ich glaube, da hinten haben wir auch gut gefangen, ne? Beim letzten Mal, da waren wir noch da rübergewandert, da hatten wir auch noch gut Biss. Na ja, jetzt sind wir noch zu weit draußen landet. Ach, das war doch wieder klar. Hä? Komm, ich liege dir aus der Hand, kommt da ein Fisch ran. Soll ich gerade nochmal mit der anderen Angel versuchen. Naja, der ist auch schon wieder faul, oder? Kumpel von faul, doch nicht. Ein Rotauge. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja. Ach, ja. Wir genießen jetzt einfach die Ruhe an diesem See. Sieht aber recht schön aus hier, ne? Immer noch. Mist, zu früh. Die sind schon nicht blöd, die Fische, ne? Manchmal verarschen die mich schon. Ich würde sagen, wenn es dunkel geht, gehen wir mal bezahlen. Wenn es dunkel geht, wenn es dunkel wird, dann gehen wir mal bezahlen. Und dann wollen wir hoffen, dass es reicht, dass wir dann auch mit der neuen Angel. Dann können wir nämlich doppelt so viele Fische fangen rein, theoretisch, weil wir dann beide Angeln benutzen können. Ja, komm, zieh. Los. Zieh. Geht doch. Trausche, ne? Ja, hier ist aber alles dabei, hier, ne? Hallo Elli, guten Tag. Servus, grüß und hallo. Schön, dass du da bist. Dann machst du es wieder kaputt, sagst du, ja? Ja, dann musst du mich auch nicht wundern, wenn dir da keiner beim Aufbauen hilft, ne? Wenn du es kaputt machst, musst du es auch selber wieder aufbauen. Was guckst du da eigentlich? Das ist Bokojo, ne? Oh. Die ist zwar knapp, Kollege. Oh, weg ist er. Ah, ah, Mist. Siehste, wieder veräpfelt. Der Fisch hat mich wieder veräpfelt. Oh. Die See wird unruhig. Das dauert aber, glaube ich, auch noch, bis wir das nächste Gewässer freigeschaltet haben, ne? Deineinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinleinlein